So, da bin ich dann auch mal wieder mit meiner nächsten Aufnahme von Super Mario... Ne, Mario & Luigi Superstar Saga. Ich bin immer noch in dem Koopa Jet im Frachtraum vom Lager. Und ich töte mal jetzt erstmal hier die Fächer. Fässer. Fächer, halt. Fässer. Und töte mal paar Goombas. Tot. 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 So, mein erstes Level ab. Und jetzt setze ich mal schön auf Angriff. Ich werd so machen Mario immer Angriff und HP. Und Luigi immer Verteidigung und Angriff. Also, so grob umgerechnet. Da wird das schon klappen. Ja, und da kloppen die sich erstmal. Puh, du bist so fix. Dich holt man echt nicht ein. Dann müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Mario und Grünkäppchen, helf mir doch mal bitte. Naja. Schnappt euch die Kerle, wenn ihr auf die sie springt, beginnt der Kampf. Puh. Meistersprung. Und direkt schon zwei abgezogen. Und sind die Monster schon von Anfang an geschwächt. Na, ist das auch noch warum? Ja, das sind Standardinformationen. Die braucht man nicht wissen. Verdammt. Tot. Scheiße. Tot. Fertig. Level ab. So, da ist jetzt mal mein Luigi dran. Hier auf Verteidigung. Da der nicht so einen guten Eingriff hat. So. Jetzt weiter mit dem nächsten Goomba. Puh, danke. Bam. Noch einmal bitte. Scheiße. So. Jetzt erstmal. Angriff. Scheiße. Oh, leck mich. Tod. So. Sieg. Alle beide eingefangen. Bam. So. Das war's dann auch. Hier oben geht's weiter. Hier ist ein Speicherpunkt. Jetzt wird... Na, ich speichern nachher. Oh. Oh, oh, oh. Ich hätt doch vorher speichern sollen. Oh, armer Mario. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Klingkippchen unterwegs. Na, da kann er sicher gleich ein Mausguck nützlich machen. Der arme Luigi. Haha. Wie der jetzt da hängt. In kurz überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs. Zum Königreich Bohnenland. Hm. Ist verstanden. Abtreten. Wohohoho. Ha, was ist denn da oben los? Boom. Grrr, was ist das? Hehehehe. Um es mit Miau... Um es mit Miau... Um es mit Miau Lugmänner aufzunehmen, fehlen dir mindestens... 100 Millionen Jahre Übung. Hehehehe. Du, du bist die Diebeln, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert, die böser Plan. Hehehehe. Genau. Ich muss jetzt in Bohnenland neue Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich aber mit euch rumzuhalten. Krankenfried erledige das. Mwahaha. Hier geblieben. Hehehehe. Ich bin Krankenangfried. Der Lieblingsschüler von Luke Melilla. Ihr habt wohl zu viel... Zu viel... Zeit, dass ihr WG-Egen der Stimmen immer so einen Aufstand anmacht. Dabei kommt es doch viel noch viel besser. Aber ihr seid in dieser ISM-Spiel nicht vorgesehen. Hehen. Schlechter Sprachfehler hat er. Oh mein Gott, Bowser, der arme Kerl. Angriff. Unruheh. Und jetzt, etze, jetzt etze, zu EUCH. Let'set go! Aukidauki. Sooo, luch. Sooo, jetzt... Hau mal den erstmal zu Muus. Dahahahaha! Scheiße! So, stillen ihr! Ihr könnt ihm keine ausweichen. Egal. Dahahahaha! Boom! Ich bin Gott, ich kann alles! Dahahahaha! Scheiße, der Falsche! Na, warte! Oh, schon... Oh, leck mich! Hoppla! Ah! Attacke! Attacke! Oh, leck mich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist unser Buch! Wie ist das? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! krank! Oh, genug geredet, das geredet! Doch auch einfacher Acha! Feuer frei! Waaaah! Oh, jetzt stürzchen wir ab! Sturzflug! 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 Sofort überprüfen! General suspekte Objekte entdeckt! Sturzflug! Schnell zur Absturzstelle! Alarm! Alarm! Anderbohnen und ländlichen Grenzen! Oh nein! Waaaah! Mario Mario! Waaaah! Pfff! Hm? Ja! Oh ja! Ma mia! No! No!